Hey Leute, was geht ab? Jetzt willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache hier das Intro, weil ich habe das Intro im Auto vergessen. Und ich zeige euch heute mal so einen kleinen Ablauf, wie die Voruntersuchung war. Mit einem Real Talk, wie meine Gedanken waren aus dem Auto. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal. Schreibt mir gerne mal hinterher, was ihr dazu denkt, wie eure Gedankengänge in der Situation wären. In die Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Und gehen wir rein ins Video. So, moin. Also, ich habe mir gerade was zum Frühstücken geholt. Ich werde jetzt erst mal eine Kleinigkeit frühstücken. Ich habe mir zwei Schokowäckchen geholt, ein Schokokroissant und das war's. Und dann mache ich mich weiter auf den Weg zum Transplantationszentrum. Heute ist ja der Tag der Tage. Heute ist ja meine Voruntersuchung. Ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, ich muss jetzt frühstücken, was überhaupt nicht meine Sache ist. Also, ich hasse unfassbar Frühstücken an alle, die Frühstücken lieben. Ich kann euch nicht nachvollziehen, ehrlich. Dann geht's da hin. Ich werde komplett durchgecheckt. Heißt Organe, Blut und was noch alles dazu gehört. Sie haben so gesagt, um die vier Stunden. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Bin aber sehr, sehr gespannt. Ja, nehmt euch da hin mit. Willst du jetzt mal frühstücken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Vlog. Und wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Vielleicht kann ich auch aus dem Transplantationszentrum kurz vorher fragen. Ich hoffe, dass ich da drin filmen kann. Wenn nicht, sehen wir uns danach. Aber wir jetzt erst mal ab nach Köln. Aber ich find's so krass. Ich krieg irgendwie noch gar keinen richtigen Gedanken gefasst. Ich bin jetzt, keine Ahnung, Frank Schmuthen im Auto. Ich bin seit kurz vor acht wach. Ich hab dann kurz Zähne gepulzt und alles. Aber irgendwie, umso näher der Termin rückt, umso wahrer wird das für mich. Das war für mich die letzte Zeit irgendwie so, Ja, du machst was, du hilfst, du hast den Termin. Aber irgendwie war das nicht greifbar. Wisst ihr, wie ich meine? Aber jetzt, mit dem heutigen Tag, ist das irgendwie greifbar. Das ist so, du fährst gerade zu einem Arzttermin hin, wo einfach, ja, du gecheckt wirst. Klar, mein Termin wurde jetzt nochmal verschoben. Also ich hatte eigentlich am 29. den Entnahmetermin. Der wurde jetzt um eine Woche verschoben, weil es Komplikationen wohl gibt oder Terminstauungen im Transplantationszentrum. Deswegen haben wir es um eine Woche geschoben. Aber ich find's trotzdem so krass. Ich krieg heut schon so meine Medikamente wohl mit und alles. Und das fühlt sich langsam alles viel realer an. Ich bin echt sehr gespannt, was heute bei den Untersuchungen alles kommt. Man macht sich auch Sorgen. Das ist mein Kern gesund. Und weil du denkst ja, guck mal, ich bin 30 Jahre alt. Ich denk, ich bin topfit. Ich spiele seit, keine Ahnung, wie viel an Fußball? Klar, eine Grippe und so kriegst du mal oder mal irgendwie ein bisschen Schmerzen hier und da. Aber sonst denkst du ja, bist du topfit. Und jetzt wirst du halt einfach auf Herz und Nieren getestet. Und dann könnt ihr halt auch rumkommen, ey, immer zu, keine Ahnung, was. So, du hast vielleicht eine Herzbeutelentzündung oder sonst was. Weil sowas lässt man ja eigentlich nicht abchecken alles. Das sind auch so Sachen, die für mich auch irgendwie aufregend sind. Aber zum anderen weißt du halt hinterher, ey, du wirst kerngesucht. Da hast du auch ein cooles Gefühl irgendwie. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, wofür ich es mache. Weil es geht darum, Menschen hier Zeit zu verbringen, also Zeit zu schenken. Mit der Familie, Freunde oder auch für sich alleine. Muss ja nicht immer einer sein, der vielleicht noch Familie hat oder sonstiges. Es gibt ja auch Leute, die alleine leben. Aber trotzdem, dass sie die Zeit hier auf der Erde genießen oder hier auf der Welt, die irgendwas noch vorhaben, die einfach froh sind, wenn sie noch Zeit haben, um etwas zu erleben. Ich will mich gar nicht in die Situation versetzen, wie das ist, wenn man so eine Diagnose hat. Boah, das ist schon heftig. Für mich ist es einfach so, ich kann was Gutes tun. Für mich war auch gar nicht so, für mich gab es nie die Überlegung, ey, ich mache das nicht. Und auch jetzt nach heute, was für Risiken, die mir eventuell aufzählen oder so. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen spenden oder sonstiges. Wenn das so, wenn jetzt ich eine 8-prozentige Wahrscheinlichkeit hätte, dass mir was passiert oder sonstiges. Ich glaube, wir sind alle so gut gesichert und auch von den Herzen hier in Deutschland, dass uns nichts passiert. Und andererseits bin ich auch sehr stolz darauf, einer von so wenig Menschen zu sein, die die Chance haben, so etwas zu tun. Das ist schon krass. Nichtsdestotrotz geht einem ja auch immer so die Verantwortung durch den Kopf. Aber zum Beispiel so Karneval oder so mit Corona, was ja jetzt nochmal gut aufgeploppt ist. Deswegen, dieses Risiko würde ich nie im Leben eingehen, weil ich einfach diese Verantwortung den Menschen gegenüber verspüre. Weißt du, wie ich meine? Dann werde ich auch jetzt kurz vorher oder die Wochen, jetzt die nächsten, die 2-3 Wochen vorher, werde ich auf jeden Fall sehr auf mich aufpassen. Ich werde auch selber mit Maske noch rumlaufen und alles. Das sind so Sachen, die auch in meinem Kopf rumstürmen. Aber das ist krass. Ich fühle mich irgendwie unruhig, nervös. Aber nicht so, also ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich nervös bin. Weil vom Fußball. Aber vielleicht ist diese Nervosität, die ich gerade verspüre, auch die, die ich nicht kenne. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich war jetzt an Köln. Ich weiß, wo ich hin muss. Aber was dann kommt, weiß ich nicht. Ich werde ein herzliches Gespräch haben, Untersuchungen haben. Die haben mir ungefähr einen Zeitrahmen genannt. Aber was dann alles insgesamt auf mich zukommt, kann ich leider nicht beantworten. Das ist schon krass. Das ist schon heftig, auch intensiv. Ich glaube auch, ich habe für die letzten paar Tage so schlecht einschlafen können. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass mich das so beschäftigt oder dass ich Anspannung verspüre. Aber unterbewusst, glaube ich, bin ich schon sehr damit am Arbeiten und bin mir der Verantwortung sehr bewusst, was mir dann die ein oder andere nervöse Nacht oder Nacht, wo ich nicht so gut einpennen kann, verschafft. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach was krass Gutes und hinterher, oder ich fühle mich auch jetzt schon gut. Ich hoffe, dass ich das Bestmögliche für die Person bringen kann. Und das ist auch mein Anspruch an mich selber. Ich bin jetzt gleich in Köln. Und dann geht es weiter. So, ähm, mal pinkeln. Ich habe gerade einen Fragebogen ausgefüllt. Bin noch gerade auf Toilette, weil da drin kann ich nicht filmen, weil da sind noch so viele Leute. Ja, bin gespannt. Immer mehr Fragebögen. Ich glaube, ich habe diesen Fragebogen mit meinen Krankheiten jetzt sechsmal ausgefüllt. Jetzt gleich geht es zur Ärztin. Ich bin gespannt. Ich werde mal fragen, ob ich filmen darf. Peace out. Leider konnte ich nicht von der Untersuchung so viel machen. Deswegen hier aus dem Raum, einen Tag später. Ich brauchte einen Tag, um einfach das ganze Ding so ein bisschen zu verarbeiten. Das war echt, äh, ja, viel. Also es war echt viel, was ich da noch erlebt habe. Also ich fühlte mich an dem Tag irgendwie danach echt sehr gerädert. Ich war sehr froh, dass ich danach nach Hause konnte. Hat mich in die Badewanne gelegt. Hab ein bisschen relaxed. Hab ein bisschen Netflix geschaut. Bisschen YouTube. Um einfach auch runterzukommen, um das zu verarbeiten. Wo es eigentlich gar nicht so viel war. Also ich kann euch mal sagen, was so beim Arzt war. Die haben mir Blut abgenommen, was kein Thema war. Ich hab den Fragebogen nochmal beantwortet, was auch kein Thema war. Weil ich hab den Fragebogen, glaube ich, schon fünfmal vorher ausgefüllt. Hab den jetzt nochmal ausgefüllt mit denen. Hab ein Aufklärungsvideo gesehen. Ja, da wurden mir die ganzen Risiken und die ganzen Sachen, die durch die Medikamente entstehen können, aufgezeigt. Die hab ich durchgelesen. Ja, das macht einen auch ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Ich hab ein bisschen, ähm, ja, also Respekt. Sagen wir nicht Angst, Respekt davor. Aber weil es halt schon auch was passieren könnte. Weil es ja nicht durch mich entsteht. Aber selbst wenn mein Körper das selber produziert, weiß man ja nicht, wie der Körper drauf reagiert. Deswegen, ja, bisschen nervös, sagen wir mal. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt. Aber, wie gesagt, die Untersuchungen waren sonst okay. Blut abgenommen. Die haben meinen ganzen Bauch, meine Leber, Niere, Herz, Milz, alles mit einem Ultraschall geguckt, ob alles gut ist. Die haben Fotos gemacht, damit die halt Vergleichsgrößen haben. Haben mir gesagt, was hinterher ist. Also ich muss vier Wochen später auch noch mal Blut abnehmen, um meine Werte zu kontrollieren. Meine Milz wird noch mal dann anschließend kontrolliert, wie ich die Transplantation oder das Spenden vertragen hab. Und das war's eigentlich. Also es ist wirklich nicht schlimm, diese Voruntersuchung. Die ist eigentlich easy peasy. Die hatten erst gesagt, vier Stunden. Ich war nach zwei Stunden durch. Die Untersuchung an sich ging gar nicht so lange. Ich glaub, ich war in dem Besuchungsraum eine halbe Stunde. Oder Untersuchungsraum, nicht Besucherraum, Untersuchungsraum. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn überhaupt. Dann wurden mir die Medikamente erklärt. Ihr habt ja ein Bild von den ganzen Medikamenten, die ich jetzt mitbekommen hab. Sieht mehr aus. Ihr wisst ja immer, Verpackung sieht riesig aus. Dann kriegst du deinen Spritzplan. Ich muss mir morgens doppelt die Soße geben, abends eine einfache Dosis. Und dann passt das. Dann werd ich euch beim Spendetag ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, ich kann nicht so viel filmen. Versuch aber mit dem Handy oder mit dem iPad ein bisschen was zu filmen. Vielleicht da auch ein bisschen mit euch zu quatschen. Und lasst gerne weitere Leute das Teilhaben. Verteilt das ein bisschen rum. Ich mach hier eine ganz gute Aufklärung, um auch zu zeigen, wie es mal als Spender ist. Und nicht nur als Empfänger. Von daher, vielen, vielen lieben Dank. Peace out. Danke. Peace out.